Herzlich willkommen im Eichborn-Waldstadion. Heute sehen Sie das Freundschaftsspiel Rayman gegen die Hoodlums. Das Team der Hoodlums scheint heute ein echtes Organisationsproblem zu haben. Rayman ist heute unschlagbar, Leute. Er ist eine echte Dampfwalze. Die Angriffsreihen der Hoodlums wirken heute völlig unkoordiniert. Es fehlt der Spielführer, der der Mannschaft den nötigen Zusammenhalt verleihen könnte. Ach ja, wunderbar! Eine fantastische Beinarbeit. Die Hoodlums sind völlig baff. Eine wundervolle Rechts-Links-Kombination. Oh yeah, das war super, Baby. Grandios, meine Damen und Herren. Rayman bedankt sich mit einer Kombination, die nur er beherrscht. Halleluja! Oh weh, da habe ich in der Amateur-Liga bessere Verteidiger gesehen. Oh oh, Rayman zeigt erste Verschleißerscheinungen. Jetzt muss ich Rayman ein bisschen auf die Hinterbeine stellen. Ja, die Hoodlums haben die Reise nicht umsonst gemacht. Niemand weiß, was Rayman will. Er scheint sich selbst ein Bein zu stellen. Die Hoodlums spielen ihr gesamtes Können aus. Was für ein schönes Spiel, meine Damen und Herren, was für ein schönes Spiel! Oh lala, Rayman ist stehend K.O. Ja, die Hoodlums sind zurück und erscheinen stärker als je zuvor. Oh, Rayman hat den Kopf schon in der Schlinge. Die Hoodlums müssen nur noch zuziehen. Ja, meine Damen und Herren, Rayman und die Hoodlums, das war nicht Liebe auf den ersten Blick. Eins ist sicher, die Hoodlums sind nicht nur wegen der Show hergekommen. Ja, es geht los, das war ein Blitzstart. In diesem Match gönnt sich keiner eine Ruhepause. Alle Recken kämpfen 200-prozentig. Man kann nicht sagen, dass der Kampf besonders hochwertig ist. Da wird viel Müll produziert, meine Damen und Herren. Viel Müll! Ach ja, manchmal ist es einfach ratsam, zu Hause zu bleiben. Oh weh, das ist kein Spiel mehr, sondern eine Schmierenkomödie. Schmierenkomödie.